Ich bin Andy Angierm, Gastgeber des Wasserschlosses Hagewil. Neben dem, dass das Wasserschlosses Hagewil den Wassergraben rundherum hat, haben wir viele Anlässe, ganz verschiedene, uralte Räumlichkeiten, jeder mit dem eigenen Charme. SwissList treibt zum Erfolg unserer Unternehmung bei, in dem auch neue Gäste den Weg zu uns finden. Präsenz auf den wichtigen Plattformen und bei der Suchmaschine ist heutzutage ein zentrales Thema überall. Für den Preis von einem Cappuccino kommt man bei SwissList bereits eine Online-Präsenz rüber, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.